Ja, hallo und herzlich willkommen von unseres guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück am Kartentisch, meine Herren. Ja, ich möchte diese Folge mit zwei Grüßen in Richtung Community beginnen. First of all, I want to say hi to Sun Tzu. He asked me how to pronounce Gotthard Heinrichi correct in German. So it's Gotthard Heinrichi. The C is pronounced as an K in this case. Okay, und als zweites möchte ich Frank Schröder grüßen. Ja, er mag meine Videos wohl, so wie ich das verstehen habe, aber geschichtlich, meint er, hinkt es bei mir als mal. Natürlich bin ich kein studierter Historiker, aber natürlich hört man das trotzdem nicht so gerne, auch wenn ich immer dankbar bin für Richtigstellungen. Und zwar ging es da, ihr könnt einfach im ersten Video einfach mal unsere Diskussion angucken. Wo sind wir? Hier. Alfred Jodel. Um diesen fantastischen General ging es. Und zwar hatte ich gesagt, dass er zum Tode verurteilt war, dass ich dieses Urteil ein bisschen zu hart fand, aber natürlich er als Entscheidungsträger im UKW mitverantwortlich war. Und er war direkt mitverantwortlich tatsächlich. Er war zum Beispiel an der Planung des Fall Barbarossa beteiligt, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, der gute Frank meinte, Jodel war im UKH und das ist leider nicht korrekt. Ich habe es nochmal recherchiert. Der war Chef des Wehrmachtsführungsamtes und das Wehrmachtsführungsamt wurde nach der Blomberg-Fritzsch-Krise in das UKW eingegliedert, wobei das UKW ein Gegengewicht zu den anderen Oberkommandos darstellen sollte. Das UKW war mit treuen Nationalsozialisten besetzt. Und das UKH, Entschuldigung, das Oberkommando des Heeres, hat den Polenfeldzug noch geplant. Und dann das Unternehmen Weserübung wurde dann bereits durch das UKW unter Jodel geplant. Mein lieber Frank, es tut mir furchtbar leid, auch wenn es historisch bestimmt an einigen Ecken und Enden bei mir hinkt. In diesem Fall lagst du leider falsch, aber ich finde es einfach schön, wenn man sich da ein bisschen austauscht und so lernen wir doch alle was. Also Jodel war, wie ich gesagt habe, im UKW. Okay, so, dann, ich weiß jetzt gar nicht, wer es geschrieben hatte, meinte, ich solle extra Folgen machen für die Organisation der Order of Battle. Das nehme ich so an, das ist, glaube ich, echt ganz cool. So können wir auch versuchen, einfach die Folgen ein bisschen kürzer zu halten. Die werden wahrscheinlich trotzdem immer so 30 Minuten gehen, aber ja, es ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man das so ein bisschen outsourced. Ich denke mal, ihr werdet euch das alle angucken, die, die ihr Fan dieses Spiels seid. Denn wie ich schon bereits mehrfach erwähnte, ist das ein großer Teil dieses fantastischen Spiels oder ist einer der Gründe, warum es überhaupt so fantastisch ist? Wir gucken mal in die Produktionslinie rein, denn das ist genau das, was wir in dieser Folge jetzt managen werden. Und wenn wir die Production-Line hier organisiert haben, dann werden wir einfach mal auf Play drücken. Wir gucken mal rein, was ist denn hier im Cue? Wir haben die Admiral Hipper, wir haben drei Zerstörer, Flotillen sind das sogar gleich. Aha, interessant. Dann haben wir nach wie vor noch Jagdgeschwader, die wir Bauern, Kampfgeschwader und Mehrzweckjäger zum Schlachtgeschwader wahrscheinlich. Steht SG für Schlachtgeschwader, ich glaube. Und dann haben wir das Stuka-Geschwader 162 und da die dritte und die vierte Staffel, die noch gebaut wird. Okay, dann fangen wir mal an. Ich arbeite hier eigentlich immer ganz gern mit diesem Dingenskirchen hier und ich würde Upgrades nicht unbedingt priorisieren, sondern Produktion. Supplies. Ich drücke jetzt erstmalig auf Play. Und dann machen wir gleich mal ein bisschen schneller, dass wir den ersten Tag mal rumbringen, weil dann springt das hier, glaube ich, auch um. Ja, dann möchte ich gerade kurz Diplomacy, muss ich, glaube ich, machen. Ich habe jetzt, ach, es ist jetzt weg. Ich habe diesen Game Guide, habe ich jetzt offscreen mal angeklickt. Ja, das war eine Nullnummer. Also da... Ähm, ist nichts passiert. Okay. Produktion. So, und jetzt sehen wir, es ist alles grün, es wird alles wunderbar produziert. Upgrades haben wir halt noch relativ wenig, paar Reinforcement Supplies brauchen wir halt recht viel. Und wir haben noch jede Menge Kapazitäten. So. Wir müssen jetzt trotzdem mal in die Order of Battle rein. Ich werde gerade mal der Ordnung halber... Ja, jetzt landet es dann doch hier in der Folge. Oberkommando der Kriegsmarine. Okay, ähm... Ah, okay, das sind unsere Luftkreiskommandos hier. Wie heißt das denn hier? Marinestation Ostsee. So, baltische Flotte. Die würde ich doch... Da ist es, Marinestation Ostsee. Okay, dann haben wir die Kustener Fliegergruppe 106. Die sind wo stationiert? Hier in... Ja, Müller-Michaels, Tatsache. Müller-Michaels? Wer ist das denn? Okay, das würde ich dem Oberkommando, dem OKM, um genau zu sein, unterstellen. Genau. Dann haben wir das erste Kreuzergeschwader in Wilhelmshafen. Dann würde ich... Ja, Marinestation Nordsee, ja. Die gehen an den Führer der U-Boote. So, dann die Panzerschiffe. So. Gut, dann machen wir Collapse All. Dann haben wir hier nämlich wieder... Ah, der Hilfskreuzer noch, der geht ans OKM. So. Ähm, jetzt würde ich mir gerne mal einen Überblick über die Luftwaffe verschaffen. Collapse All, Expand All. Ja, müssen wir leider machen. Ich brauche einfach eine Übersicht für... Das ist natürlich jetzt alles hinfällig, was ich eben gesagt habe, ne? So, warte mal. Die Marine können wir auf jeden Fall collapsen. Ähm, ich mache das auch noch mal zu. Genau. Und jetzt haben wir nämlich hier... Das müssen wir jetzt einfach mal machen, einfach weil... Ja, für die Produktion brauche ich hier eine Übersicht, was wir an Kräften haben. Fliegerstaffel des Führers, das bleibt da drin. Das ist ja gespeichert 32. Das ist ja gespeichert 32. So. Haben wir alles. Genau. Dann haben wir die jetzt nämlich Collapse All. Ich weise die dann gleich den Luftkreisen zu. Ich will jetzt einfach nur mal eine... eine kurze grafische Übersicht haben, wie wir hier aufgestellt sind. Und... Ja, Kampfgruppe ist das. Hindenburg. Gruppe 153. Also wir müssen auf jeden Fall mal die Jagdwaffe ausbauen. Und zwar ordentlich. Mal 32. 2,32. 2,32. 1,32. Dann sind die komplett. Da haben wir, glaube ich, nur einen. 2,26. 1,6, 1,34. Also bauen wir da doch direkt mal welche. Airwing. Parallel. Startproduktion. So. 2,26, 1,36. 2,26, 1,36. Hier war jetzt 2. Und dann baue ich jetzt noch mal 2. Und dann mit ein bisschen Glück. Aber warte mal, wir haben ja noch... Ah, hier ist auch noch mal 1,36. 2,3. 2,3. Kann das sein? Ich baue mal 3. Nee. Dann ist das schon das Neue jetzt. Komisch. Naja, ist ja aber auch kein Problem. Ich glaube, es sind immer 4. Staffeln. Ich baue jetzt noch mal einen. Ja, okay. Gut. Und, ähm, ja, dann... Es ist schon viel Fliegerei jetzt. Aber die sind ja auch bald alle fertig. Und Luftwaffe ist key. Ne, warte mal, wir machen das so. Zack. Nochmal 2 Geschwader. Genau. Ja, Geschwader 130. Wir haben immer noch Kapazitäten über, ne? Ne, stimmt nicht. Okay. So, dann U-Boote würde ich mir noch mal warten. Divisionen. Wie ist denn das? Also wir bekommen ja diese Events der Aufstellungswellen, was ja dem historischen, der historischen Produktion der Infanteriedivisionen entsprechen würde. Sollen wir uns darauf verlassen erst mal? Also, dass wir, dass wir das nur so organisieren erst mal? Und dafür genauso die Panzerdivisionen, die werden halt auch, ähm, gespawnt quasi durch Events, ne? So, was wir aber nebenher jetzt noch mal machen können, ist, äh, Spione in Europa. So, wir wollen uns abriegeln in erster Linie. Und wir wollen uns abriegeln. Und wir wollen uns abriegeln in erster Linie. Ja, es muss reichen. Ich glaube, Diplomatie haben wir ganz schön viel. Das müssen wir halt im Blick behalten, dass die Ausbildung hier gut bleibt. Aber da sind wir doch jetzt ganz fein raus, wie der Pferdeapfel. Der ist auch fein raus. Fürs Fortkommen braucht er nicht mehr zu sorgen. Und qualmen darf er auch. Ich hoffe, ihr wisst, was das für ein Zitat war. Aber wer, wenn nicht, dann offenbart sich hier eine brachiale Bildungslücke. So, Produktion. Wir können noch mal was produzieren. Mal gucken uns mal, was gibt es denn hier. Infanterie, Festungstruppen, Gebirgsjäger, Luftlandetruppen. Das kennen wir alles noch nicht. Motorisiert kennen wir noch nicht. Sonderkommando, das geht alles noch nicht. Krass. Panzer auch nicht. Dein Ernst? So. Pocket Battleship. Das sind ja quasi, das wäre ja quasi die Deutschlandklasse. Ist denn Scharnhorst und Gneisenau auch ein Event wie Bismarck und Tirpitz? Ja. Dann würde ich zwei leichte Kreuzer hier auf Kiel legen. Das geht ja eigentlich. Das machen wir mal. Dann kommen wir mal hoch auf jeden Fall. Schiffe habe ich eigentlich immer oben, weil die so lang brauchen. So, dann machen wir weiter Play. Dann gucken wir uns mal die Diplomatie an. Ah ja, okay, warte mal, Pause. Geht's weiter. Historical build-up of the Luftwaffe. Luftwaffe historical build-up. With this event, you will have two options. First, historical build-up. Das wird mein Name. This will create an event chain of the historical Luftwaffe with historical air units on historical dates and you are still able to build your own air units. Some air units will come as an air command and some will be air units. Ah ja. Air commands will have to be filled by you. Soll das wahrscheinlich heißen, oder? By you building those air units. Aha. Warning. Not taking an event will disrupt the event chain. Okay. Expect not taking an event will not form. Ja, okay. Okay. Machen wir mal historical build-up. So, weiter geht's. Kommt da jetzt schon was? Nee, da krieg ich ja in der Nachricht dann, ne? So, genau, dann Diplomatie. Anschluss auf Austria. NSW Organization. At least 50. Political. Also wir werden auf jeden Fall Österreich mal. beeinflussen. Macht ja Sinn, oder? We have to modify political crisis in Austria. Okay, one of the following must mean you have. East, Mertz, 38. Not a member of any faction. Also eigentlich brauchen wir nur die, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die Popularität der NSDAP in Österreich pushen. Italien ist sowieso hier. Dann könnt ihr mal Vorschläge machen, welche Länder wir hier mal versuchen. Ich finde Jugoslawien eigentlich ganz cool. Wenn wir uns den Jugoslawien-Feldzug sparen könnten. Aber da gibt es wahrscheinlich auch ein Event, ne? Durch das war, da wurde damals ja geputscht durch die Alliierten. Beziehungsweise die Alliierten haben da einen, also England hat da einen Putsch gefördert oder losgetreten oder wie auch immer. Und das zwang dann quasi Nazi-Deutschland kurz vor dem Fall Barbarossa da zur Intervention. Unter anderem auch Mussolini, der sich mal wieder verzettelt hat da in Italien, äh, in Griechenland. Influenced Nation hier. Und eine zweite Nation würde ich gerne noch influencen. Sind die denn von jemand anders influenced? Nee. Mal filtern das mal. Ja, Europe. Finnland ist weit weg. Gibt es da wahrscheinlich dann auch ein Event, ne? Jugoslawien, was? Rumänien. Ja. Ungarn. Ist hier. Die sind schon relativ weit drüben. Ich werde es mal mit Ungarn probieren. So. Gerne schreibt mir da eure Präferenzen oder so. Was ist da eure Strategie oder... Also ich will hier nicht ein Spiel machen, ich male die Karte an, ne? Also das ist auch ein Grund, warum mir Hearts of Iron 4 zuwider ist. Also ich möchte nicht irgendwo in Südamerika einmarschieren, mit Deutschland oder so. Ich versuche mich ein bisschen am historischen Vorbild sozusagen zu orientieren. Heißt aber nicht, dass wir das ganz stupide nachspielen. Aber ich finde es eigentlich mal ganz interessant, ähm... Ah ja. Das nachzuspielen. So, was haben wir jetzt hier? Ähm... Three Years Draft. Also die, ähm... Ja. Die... Äh... Verdienstzeit. Leadership Modifier geht nochmal hoch. Sehr schön. So, was haben wir noch? War Academy can... More research possible. Das kommt jetzt durch das Gesetz. Mixed Industry geht noch. Ähm... Economic Loss. Und Industrial Loss. Ähm... Das ist aktiv. Da würden wir Konsumer... Research Efficiency geht hier aber runter. Aber... Ich glaube, das lohnt sich insgesamt, ne? So. So. Leadership Modifier geht runter. Würde ich erstmal... Würde ich erstmal... Lassen. Usumer Goods during Peace Time plus 15. During War Time... Plus 10. Basic Mobilization. Full Mobilization. Officer Recruitment. Wir lassen das mal so. Würde ich so lassen. More Efficient Loss. Ist es denn more efficient? Also... Weniger Geld. Aber es geht ja... Consumer Goods... During Peace Time geht halt... Um 5% sogar noch hoch. Dafür bekommen wir... Gut. Das ist Jucca. Daily. Das sind... Descent Change. Das ist das. Unity. Ist das hier? Ja. Officer Recruitment geht... Ja, aber das ist genauso. Ich würde nur mal warten. Money minus... Aber hier haben wir Money minus... Also wir haben IC von 15% und wir haben... Naja, komm. Doch. Machen wir. Bei der Gelegenheit können wir unser Kabinett mal anschauen. Replace the Führer. Alter, was? So, Head of Government. Ich würde Rudolf Hess mal lassen. Außenminister. Routing Party Support. Ja. Ah, ich könnte mir hier halten. Vom Papen. Okay. war Außen... Goebbels war doch auch mal Außenminister, oder? Bevor das... Wie heißt der denn? Ribbentrop wurde. War, glaube ich, Goebbels Außenminister. Leadership Modifier... Leadership Modifier... Plus 5%. Ja. Machen wir. So. So, wer war das jetzt? Hab ich nicht geguckt. Werner von Blomberg. Money. Infanterie. Ressources. Ach Gott, da geht es ja noch weiter runter. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ludwig Siebert. Sieht ganz cool aus. Wir fangen mal oben an. Das ist nix für den Friedenszeiten. And, uh, Resort, Light Aircraft, Practical Decay. Das ist nicht so verkehrt. Die Orga und Ressourcen gehen auch noch mal hoch. Ist nicht so ver... ähm... verkehrt. Construction. Ah, da fällt mir gerade etwas total ein. Wir wollten ja Industrien bauen. Bei Produkten. Ähm... Dann machen wir das. Guck mal, und da geht Dings hier. Man Power Air, das passt schon. Das sieht doch gut aus. Zack. So, der Sicherheitsminister, Willem Frick. War da nicht irgendeine richtig fiese Charge? Heidrich oder so? Hier, Heidrich. Partisane-Efficiency. Wissen Sie, ne? Das können wir dann, wenn wir es mit Partisanen zu tun haben. Spionage. Threat Impact. National Unity Changes. Auch eine schlechte... Und hier nochmal der Karl Sack. Erricht fragt's. So, Canaris lassen wir. Chief of Staff. Würde ich... Würde ich auch mal so lassen. Chief of Army. Werner von Fritsch. Okay, jetzt sind nur die zur Auswahl. Das ist qual... Chief of Navy. Neville Captain Ship. Okay. Und Chief of Air Force lassen wir auch. Okay. Dann drücken wir mal auf Play. Da haben wir auf jeden Fall jetzt hier einiges an... Forschung nochmal möglich. Das war doch jetzt ganz schön. Technologie. Hier. Construction. Das war ja eher alles, was zwar wichtig ist, was ich aber noch nicht jetzt bräuchte. Steel Armor Casting. Okay. Process by which Molten Steel ist... Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich noch... Aber wir haben ja hier nur noch einen über. Okay. Allerdings können wir hier Diplomatie mal runter machen. Und das können wir auch noch ein bisschen runter machen. Machen wir mal auf 4,5. Und dann schauen wir mal, wie sich das verhält. Und die Spionage machen wir auch erst mal runter. Das hat alles keine Priorität. So, guck mal. Und dann... Dann haben wir nämlich hier ordentlich was. Ähm... Machen wir mal. Machen wir mal. Zack. mit einem Malus erforschen. Und... Das könnte man auch überlegen. Das frisst dann zwar mehr Ressourcen. Also wenn man der Zeit weit voraus ist... Frisst mehr Ressourcen. Aber man ist halt auch der Zeit voraus. Könnte man mal überlegen. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr irgendeine Technologie habt. Anti-Air-Ammunition. Wir haben ja echt richtig viel jetzt, ne? Trotzdem will ich... Das natürlich ein bisschen überlegt alles machen. Panzer ist hoffentlich alles soweit fit. Jawohl. Special Forces könnte man halt überlegen, ne? Desert Warfare Equipment. So, Prototypes. Dann lass uns doch mal weiter mit den Prototypes hier forschen. Bauen wir eigentlich einen Flugzeugträger. Was frisst... Ich habe in der letzten Kampagne hatte ich es ja angedacht. Es hat auf jeden Fall seinen Reiz. Einmal, sag ich mal, vom Prestige her so. Wenn man das mal so aus der rollenspielerischen Sicht sieht. Und... Medium Fuel Tank Research. Aber wenn man das aus der rollenspielerischen Sicht sieht. Dann hat das absolut seine Daseinsberechtigung. Plus, man kann halt einen starken Kampverband bauen, ne? Eine starke Flotte mit Flugzeugträger, Schlachtschiffereien, schwere Kreuzer, leichte Kreuzer, Zerstörer und so. Da hat man eine schlagkräftige Flotte, die man dann vielleicht gezielt gut einsetzen kann. Aber man braucht halt unheimlich viele Ressourcen. Also, das ist einfach so, ne? So, 4-Engine lasse ich nochmal weg. So, jetzt sind wir nachher. Geht dann doch relativ schnell, ne? Bewarfnung, Luftwaffe, Machine Gun Focus auf jeden Fall. Da haben wir jetzt einfach genug Ressourcen. Erlaunch Torpedos. Ja. Twin Engine Bomb Bay. Ja. 500 Kilogramm Bombe, selbstverständlich. Wir betreiben jetzt hier einfach einfach mal Luftwaffenforschung bis zum Get-Now. So, und ich würde dann trotzdem hier noch Fuselage, Aerodynamics, ja, komm, packen wir rein. Ich will eine maximal moderne, vor allen Dingen Jagdwaffe, aber auch generell eine moderne Luftwaffe, Advanced Engine, ähm, so, 46, Avionics, ja, Jet-Technologie, weiter. Okay, ne, also wir gucken mal, was bräuchten wir denn dafür? Also, ich würde den, wenn überhaupt, dann hier auf, auf das Tier quasi hochleveln wollen, bevor ich das Ding auf Kiel lege. Das müssten wir jetzt entscheiden, ja, also schreibt mir das doch jetzt mal unter diese Folge einfach in die Kommentare. Sollen wir einen Flugzeugträger bauen oder sollen wir es nicht? Sollen wir einen Flugzeugträger bauen oder sollen wir es nicht? Ähm, ja, schreibt entweder Flugzeugträger, ähm, ja oder Flugzeugträger nein und gerne auch einen Grund oder warum ihr meint, warum das besser ist oder eben schlechter ist. Dann lese ich mir das alles mal durch und gucke mal, was mein Generalstab dazu sagt. Bei der letzten, ähm, äh, letzten Kampagne oder der Versuch einer Kampagne, äh, das ist ja dann leider im Sande verlaufen, äh, wart ihr dafür? Ich auch. Ich hab, hab nochmal drüber nachgedacht und bin jetzt nicht mehr so richtig dafür. Aber es hat beides, es geht beides, ja, finde ich. Also, es hat beides dann da, Sandsberechtigung. Aber wir müssen uns dann auch überlegen, wo wir die Abstriche machen, ne? Bei der Panzerwaffe auf keinen Fall. Bei, ähm, der Luftwaffe auf keinen Fall. Ja. So. Okay. Reclassifier der Deutschland-Klass-Panzer. The Deutschland-Klass was a series of three Panzerschiffe-armored ships, um, a form of heavily armed cruiser built by the Reichsmariner officially, officially in accordance with restrictions imposed by the Treaty of Versailles. The class, which comprised the ships Deutschland, Admiral Scheer, Admiral Graf Spee, were all stated to displace 10.000 tons in accordance with the treaty, bla, 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 bla. Ähm, also, ne, da geht's jetzt um die Panzerschiffe Deutschland. Graf Spee und Admiral Scheer sind, ähm, im Bereich, ähm, nach den Maßstäben des Versailles-Vertrags durch die Reichsmarine gebaut, also zu Zeiten der Weimarer Republik. Und die Frage ist jetzt, ähm, Klassiker, Panzer, ähm, Reclassified Deutscher, äh, als Panzerschiff, äh, Continue Building Deutschland, äh, Continue Building, hä? Ja, ich nicht. They were the first major warships to use welding and all diesel propulsion. Due to the heavy armament, 28 cm Schütze, the British began referring to the vessels as pocket battleships. The Deutschland-class ships were initially classified as Panzerschiffe or armoured ships, but the Kriegsmariner, they reclassified them as heavy cruisers in February 1940. Ja, dann machen wir das auch, wenn das, ähm, Panzerkreuzer, ne, hießen die dann, kann das sein? Und dann kann man die nicht mehr bauen hier in der, in der Production oder was? Hier, Pocket Battleship. Ach, geil, das ist sogar richtig die Silhouette. Hier, seht ihr das? Hier, ach, schön, ja. Ähm, Pocket Battleship. Frage ist, bauen wir da überhaupt noch eine, ne? Bauen wir da überhaupt noch eine? Was kostet das denn? Ja. Soll ich mal einen kätzerischen Vorschlag machen? Vielleicht bauen wir noch zwei. Auf der anderen Seite brauchen wir hier auch vielleicht noch eine zweite oder dritte Hipper-Klasse. Ich mach' Reclassify. Ähm, ja. Machen wir aktiviert. Let's do it. Do you want rest? Yes, do you want rest? Sturmabteilung der NSDAP. Äh, die Sturmabteilung, äh, oder auch SA, war eine paramilitärische, äh, war der paramilitärische Arm, ähm, der NSDAP. Äh, äh, 100 divisions, äh, aber die waren, waren Brigaden, okay, ja. Über 100 Brigaden in Deutschland, 1,5 Millionen Männer, das muss man sich mal vorstellen, ne? Also eine paramilitärische Truppe von 1,5 Millionen Mann. Since, äh, the room poach, the SA were transformed, okay. Ähm. Sturmabteilung, zack. Geil, hier mit den Kragenspiegeln und so, echt krass. Äh, Stabschef SA, äh, Viktor Lutze, loyal, loyal, loyal Lutze, is the chief of staff of the, äh, SA. Ah, also, Viktor Lutze ist der, ähm, Chef des Stabes der Sturmabteilung, and the leader of the SA is Adolf Hitler. Ah, okay, und Hitler ist der offizielle Chef, sozusagen, ne? Ja, also, er ist nur Stabschef, sozusagen. Ähm, well, get the, Aufbau der SA-Event. Ah, ist das geil. Ist das, das ist, glaube ich, meine Mod jetzt, weil ich kenne das nämlich gar nicht. Jetzt geht's aber ab hier. Ich wollte eigentlich hier schon längst, äh, Record, äh, Pause machen eigentlich. Ich, also, ja, aber gut, das nehmen wir jetzt noch mit. Also, ich, die Fenster mache jetzt erstmal alle zu, bevor wir hier aufhören. Äh, Aufbau der SA, ist ja sogar auf Deutsch. Ähm, Wille, ist doch krass. Ist hier eine, ist das eine Flagge oder ist das ein Dokument? The structure of the SA ist SA-Schar, also die kleinste Einheit, also den Zug quasi, ist eine SA-Schar von 8 bis 16 Mann. Ähm, ein SA-Trupp, äh, sind, ähm, drei bis vier Scharen, ähm, ja, ist quasi ein, ein Zug. Und, äh, drei bis vier Trupps würde dann einer, einer Kompanie, beziehungsweise einem SA-Sturm, ähm, entsprechen. Sturmbann ist dann quasi ein Bataillon und, äh, eine Standarte würde dann, ähm, einem Regiment wahrscheinlich entsprechen, ne? Äh, äh, ist das richtig? Neun Standarten, SA-Schar, zwei bis sieben Brigaden, Obergruppe auf zwei bis fünf Gruppen. Naja. Habe ich da jetzt Unsinn geredet? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber wir müssen ein bisschen Zeit hier, äh, ganz viel Organisation, okay. Ah, cool. Stimmabteilung. Äh, äh, two, provide specialist training and such as lines as Cavaliery, Signalerie, Engineering, Medical Service, etc. The SA has well continues to engage in the dissemination of Nazi-Propaganda and actions to support the National Socialization of Germany. Note, if you disband the SA-Units, you will get very little manpower in that event. Entschuldigung. Bin ich echt mal gespannt, ey. Äh, Reiter-SA. Geil. Ach, hier. Ist das eine Spielfigur? So eine Zinnfigur? Glaube, ja. Ist das hier ein Kragenspiegel? Weiterstandarten der Allgemeinen SA includes all mounted units. So Winter Olympics, ready, yes. Third Reich Events. This mod adds Events. Ja, genau. About Germany and a few other countries. It should make the game more fun, interesting and challenging. The Third Reich Events also is an educational mod that will teach you while you play about Germany under the National Socialist. It's a really cool mod, I think I don't know it yet, but that was cool with the SA, right? You will have strategic resources, okay. Next time we might raise an anti-Semitism. We are about a short way from repeating the mistakes that lead to the future, like the National Association. The next time it might not be about race and anti-Semitism, but other causes that are used to crush freedom. Ja, vielleicht so eine Corona-Krise oder so zum Beispiel. If you like myself, like history and are interested in World War II, I hope you will enjoy this mod. Ja, sehr cool. Finde ich sehr cool. Gott, also Leute, ich wollte vor zehn Minuten hier Schluss machen. Wir haben ein paar Pausen, ne? Ja, ja. The prominent member of the government is such a... Illegal printing mache ich, glaube ich. Digital Pride geht um fünf Prozent hoch. True Time Organization... Daily Descent Change, Running Party Support, ne, danke. Money. My Reorganization of the War Ministry. So, ah ja, sehr schön. Machen wir natürlich mit 28 Zentimeter Geschützen. 100 Days Longer. War ein bisschen unterbewaffnet. Gegen Schlachtschiffe zumindest. Gegen schwere Einheiten. Aber das waren hochpräzise Schnellfeuergeschütze, 28 Zentimeter. Die gleichen, die auch auf den Panzerschiffen verbaut sind. Und um Handelskrieg zu führen, sind die gar nicht so schlecht, ne? Ist ja, die haben ja sogar einen Flugzeugträger, die... War das die... Schadenhorst gewesen, die die Glorious versenkt hat. Den Flugzeugträger Glorious. 100 Days Longer. Ne, wir bauen 28 Zentimeter Geschütze ein. Anti-Tank Motorized Support Progrades. Es hört nicht auf, ne? Was habe ich getan? Tank Destroyer Focus. Mach mal Heavy Anti-Tank Guns. Jetzt weiß ich wieder nicht, ja. Motorized sind es mechanisierte. Mixed waren, glaube ich, Divisionen Mod. Und mechanisierte Divisionen waren, glaube ich, Motorized. Kann das sein? Nein. Scheiße. Scheiße. Doch mixed. Mixed Support Progrades. Oder? Ja. Ja. Dann machen wir Artillerie. Ja. Hitler Residence, den Berghof machen wir natürlich. Volkswagen. Was ist das? Ja. Alter Schwede Activate. Ja. Bild Group, natürlich. Bild das Facility. Bild und... So, jetzt haben wir es aber. Ach, es ärgert mich. Ich hätte natürlich die Mod-Divisionen, hätte ich lieber mit Pack ausgestattet und die mechanisierten mit Infanterie-Panzern. Obwohl, da haben wir schon die Stucks, ne? Ah ja, okay. Aber, oh, wir können hier jetzt Rheinland besetzen. Aber das ist Stoff... Ach, krass. Ist das geil. Alter. SA-Gruppe Ostmark. What? Was ist das denn für eine krasse Mod? Ah ja, okay. Ah, hätte ich jetzt hier, ähm, automatisch machen müssen oder wie oder was? Da machen wir extra eine Folge, wo wir nur die SA-Führung hier festlegen. Wird eine kleine Folge dann einfach. Ach, bin ich gespannt. Und dann wird da irgendwie dann noch die SS draus und so. Ist das spannend? Das ist ja wirklich spannend. Ist das alles braun? Ne, geil. Bin ich ja mal gespannt, was aus, ähm, der SA dann wird. Gab's die eigentlich bis 45, bis zum Schluss? Ich weiß es gar nicht, muss ich sagen. Also auf jeden Fall hat die dann ja eine viel kleinere Rolle gespielt zumindest, ne? Spätestens dann, ähm, mit dem, ähm, nach der langen Messer. Da könnt ihr mir gerne mal, äh, Sachen in, äh, die Kommentare schreiben, wenn ihr euch da ein bisschen besser auskennt, was, äh, die Geschichte der Sturmabteilung angeht. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hab richtig, richtig Bock auf dieses Projekt, Leute. Also, und jetzt mit dieser, äh, Reichsevent-Mod. Das sieht richtig, richtig geil aus. Bin ich sehr gespannt, was da alles kommt. Ob da was mit V2-Raketen kommt, mit, äh, den Verschwörungen, äh, des, äh, 17. Juli ist das? Ähm, oder? Ja, ich glaube, ja. Äh, äh, ne, 20. Ach Gott, da komm ich jetzt, äh, hab ich jetzt einen Zahlenknoten im Kopf. Egal. Äh, oder was auch immer, ja? Also, bin ich sehr, sehr gespannt, was dieser Mod kann. Also, das war jetzt schon mal ein ziemlich cooles Moment. Ihr Lieben, ich bin der Basti. Ich bin hier. Raus, ciao, ciao.